Hallo und willkommen zu unserer neunten Turnstunde. Heute haben wir euch den Cupsong vorbereitet. Emilia wird euch jetzt zeigen, wie das Ganze langsam geht. Also, ich zeige euch jetzt den ersten Teil, der geht so. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm kap. Das Ganze noch einmal. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm kap. Jetzt zeige ich euch den zweiten Teil. Klatsch, nimm kap in andere Hand. Klatsch, 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 schlag darauf, klatsch, nimm kap. Klatsch, nimm kap in andere Hand. Klatsch, 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 klatsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Bravo! Wir sehen uns wieder am Montag. Viel Spaß beim Nachmachen und beim Üben. Tschüss!